Herzlich Willkommen hier bei WeLoveMMA. Karl Nickel steht am 30. Oktober bei WeLoveMMA im Main Event, im Kampf gegen Sergio Pinje Klin. Karl Nickel hat das letzte Mal bei WeLoveMMA im Februar 2020 gekämpft. Das war ein Titelkampf im Schwergewicht. Den Kampf konnte er leider nicht gewinnen. Aber mit einem Sieg gegen Klin will er sich hiermit wieder für einen Titelfight qualifizieren und hat definitiv als Ziel sich den Gürtel im Schwergewicht bei WeLoveMMA genommen. Aber wie kam Nickel eigentlich zum Kampfsport? Das Ganze hat schon mit 10 Jahren angefangen. Mit 10 Jahren hat er schon mit dem MMA begonnen und das durch einen besten Freund, der ihn dann mitgenommen hat. Er trainiert siebenmal die Woche. Fit hält er sich vor allem durch die verschiedenen Disziplinen wie Brazilian Jiu-Jitsu, Boxen und Fitness. Mit der Vorbereitung für den Kampf hat er gar nicht gewartet, bis das Angebot da war, sondern hat direkt gestartet, als er gehört hat, dass WeLoveMMA wieder starten darf und wieder Events stattfinden werden. Das war der Zeitpunkt, bei dem er sich gesagt hat, okay, ich will wieder im Käfig sein, ich will wieder kämpfen, ich starte meine Vorbereitung. Die Vorbereitung läuft diesmal aber nicht anders als zum Beispiel bei seinem Titelkampf damals gegen Sebastian Herzberg, sondern die verläuft nach wie vor gleich. Kurz vor dem Kampf denkt er an die ganze Vorbereitungszeit und wie hart diese Vorbereitungszeit war. Damit setzt er sich in den Kopf, dass er nicht umsonst in den Käfig steigen will und durch diese Einstellung will er zeigen, dass es sich lohnt, hart zu arbeiten. Angst, in den Käfig zu steigen, hatte er jedoch noch nie. Und Nickel gibt natürlich auch eine Message mit an alle jungen oder auch alten Leute, die in den Käfig steigen wollen. So sagt er, man muss Ehrgeiz mitbringen und Spaß an der Sache haben, aber man muss wissen, dass die Vorbereitung meistens viel schlimmer ist als der Kampf selbst. Monatelang bis an seine Grenzen zu gehen, ist schwerer als ein paar Minuten im Käfig. Sein Wunschgegner ist einer der beiden Emelianenko-Brüder. Sein Ziel ist ganz klar, er möchte Spaß haben und so lange kämpfen, wie es möglich ist. Sollte dabei der ein oder andere interessante Vertrag kommen, sagt man natürlich nicht nein. Karl Nickel hat die Unterstützung seiner Freunde und seiner Familie, das bedeutet ihm sehr viel. Seit einem Jahr wartet er auf einen Kampf und Samstag ist es gegen Sergiu Pintje Kalin bei Wheel of MMA endlich soweit. Schaut auf jeden Fall rein, Tickets gibt es noch, schaut dafür auf wheelofmma.de vorbei. Wir sehen uns am 30. Oktober in Hamburg und damit bis zum nächsten Mal.